Das war erhört auf mich da Das Beste ist immer ein Bett Ich gehe rein alter und stehe sofort instant Obwohl dann Sachen mehr kann man da drinnen nicht machen Wieso nicht? Weil dann scheiß mehr dazwischen ist auf einmal Fährst du halt mit dem Kackboot da durch Mann Boah das ist so scheiße Der Regen oder die Legs? Beide Oh ja du sagst Ich bin so ein Biom alter das ist so hässlich Wer heißt das Biom? Das ist das Biom rausfinden und zerstören Kann man das bei der 1.7 schon sehen? Das ist so richtig düster Ich sehe nichts weil ich auf Tiny spiele Pass auf jetzt mache ich mal einen Shader rein Ich mache mal einen Extreme Shader rein Ich möchte mal schauen was passiert 11 FPS 11 FPS Ok aber es schaut ordentlich schön aus Ok mit dem Shader Ok mit dem Shader schon Irgendwie hätte ich mir das Mod Pack Ohne Regen So ohne dem nervigen Regen ist es ganz ok Aber mit dem Regen ist es unmöglich Unmöglich zum Spielen Was unspielbar ist Durch die Kack Legs da und Dann geh es mal bitte kurz raus aus dem Server Ohne Regen ist dann erst eine ehm sonst Kannst du schon wieder... Nein, das geht nicht. Ich kann nicht schlafen. Na warte, ich bin noch nicht draußen selber. So. Der kann sich schon hindenken. Dann liege ich eh schon. Und schauen, ob es immer noch regnet. Es regnet immer noch. Oh, Gott. Jetzt ist es aufgehört. Diese Stille. Oh mein Gott, ist das geil. Oh, die flüssigen FPS. Irgendwie schaut aber, dass es in dem B.O.M. auf Tiny richtig schön aus. Weil es so nebelig ist am Ende des B.O.M.s. Oh, viel besser. Ist schon besser, ne? Ja, deutlich. So. In der Tat. Weißt du, das verstehe ich auch nicht. Ich wollte eigentlich nur die Kiste abbauen. Was passiert? Die ganzen Items ploppen aus der Kiste raus. Obwohl ich ein Doppelkiste habe und nur sieben Sachen drinnen waren. Und dass die einzelne Kiste auch Regeln hätte können. Aber nein. Das muss unbedingt alles aus dieser Kiste dann wieder hinausfliegen. Bist du noch mal bei den Akkord? Ne, ich bin bei Minus. Aber ich gehe wieder weiter. Kommst du, oder soll ich warten? Ich komme. Ja, warte, dann gehe ich aufs Klo auch noch schnell. Ja. Stell mich in das Häuschen rein, das siehst du eh. Das ist ein kleines hässliches Häuschen. Okay. Alles, was in der Kiste ist, kannst du die rausnehmen. Wenn du es brauchst, wenn du es sinnvoll hältst. Aber dann schau dir bitte mal das Biom an. Das Biom ist sowas von hässlich. Warte, ich fahrt noch auf das eine Eisen. Und dann gehe ich schnell bieseln. Überhaupt, das Haus ist einfach mal zweifärbig. Weiß. Was ist? Hm? Mann, Fickzeug. Mann, Fickzeug. So. Minus zwei. Hat sie nicht bewertet. so ich glaube ich gleich bei so ein 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 schon da du wirst es gleich sehen das riesenhaus kann man das gleich nennen hütte kann man eigentlich salz essen oder salz essen kann ich habe 58 salz klägt noch immer alter was soll der scheiß geht das modback ist so viel arsch sind nur 45 monst oben was zieht das so viel leistung fans modell oder war fiete bis ging auch und das hat der mehr wenigstens so play bist du aber nicht bei mir ist aber nicht in meiner nähe ich bin doch keine planes gelaufen ich hatte hier bis die richter nähe von den plätschern Prozent Wort alter mit Kettbewerbungsdorf stehst m Loh me dirt damit kann man Kohle machen lol, Karbonen hab ich schau mal her, ich hab mal Asche Block nicht springen Du sprintest die ganze Zeit schon? Nein, so gut, ich war jetzt nur verdrückt Weiß ich auch, wieso Kronk nicht sprintet Ja Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal Was ist? Wir können ja Pilzsuppen machen, oder? Ah ja Da droppen wo viele Pilze nämlich immer Ich nehme schon White Mushroom Die kann man essen Boah, alle Pilze immer ab, die du siehst, okay? Okay Da kann man ja Pilzsuppen damit machen Beste wäre so eine Pilzsuppe Piranias Oh, ich komme, ich komme, ich habe ein Tier, warte, ich komme, ich komme, ich komme Ah, wieder so auch schon Ja Ja Warte, ich komme, ich komme, ja Ja Wo Sind die böse? Wie böse sind die von der Skate? Die schon mal so wenig Bastard, oder? Nein, ich werde sterben Hilfe Machen die so ein Damage? Ja Oha Ich habe eins getötet Ich habe sie umgebracht Umgebracht habe ich sie, Junge Umgelegt Umgelegt Umgenatzt Umgenietet Hörl habe ich sie Gedemütigt habe ich sie Miesen Kerle Gegen was kämpfst du? Schafe Schafe Lass du mir immer schon wieder mal essen und einfach schafe Oh so es gibt es nicht oder nichts finden kein bildschirm auf gar nichts habe kürbisse gefunden kürbisse sind es selten als diamanten angeblich ich habe ich sehe ich sowieso nicht mehr beispiel oft einig sie gar nichts das beste ist wenn es auf tiny auch legt kann ich eigentlich auch spüren weil es legt da und da also ist es wurscht drück einmal kurz ich springt dass er dass ich den sprung schafft wieder eine hungekolle verloren das ist so ab nach hinten ist ein bild spüren stelle wochen Wiesenpilz Regenheim ein roter sie sind die Strömung treppen hier weg sie ist in den roten Pilz also was hast du durch die Kinder ein das hast du der Wasser der Wasserfüller wie geil schaut das aus so ja ja wauw wauw so gut nice Musik